Damals glaubte ich fest, dass das Leben, das richtige Leben, irgendwo weit ist, dort über die Dächer hinweg. Seitdem reise ich ihm nach, aber es versteckt sich immer hinter irgendwelchen Dächern. Rosa Luxemburg wird 1871 im russisch besetzten Teil Polens geboren. Zwei Erfahrungen in ihrer Kindheit sind für den Lebensweg, den sie einschlagen wird, prägend. Zum einen die antisemitische Ausgrenzung als Jüdin, zum anderen die inneren Zweifel an ihrer Weiblichkeit, aufgrund ihres Hinkens, das sie durch entsprechende Kleidung zu kaschieren sucht. Diese beiden Momente der Ausgrenzung, des Nicht-Dazugehörens, gepaart mit überdurchschnittlicher Intelligenz, sind wesentlich dafür, dass sie ihre ganze Kraft in Bildung steckt und später in Zürich zur Politik kommt. Die kindliche Erfahrung des hilflosen Ausgeliefertseins ist sicherlich auch einer der Gründe für ihre Empathie mit allen Lebewesen. Ann-Sophie Liebknecht, Wronke, Gefängnis, 2. Mai 1917 Meine liebe kleine Sonjuscha, Sie überschätzen übrigens meine Abgeklärtheit. Mein inneres Gleichgewicht und meine Glückseligkeit können leider schon beim leisesten Schatten, der auf mich fällt, aus den Fugen gehen und ich leide dann unaussprechlich, nur dass ich die Eigentümlichkeit besitze, dann zu verstummen. Hochstäblich, Sonjuscha, ich bringe dann kein Wort über die Lippen. Zum Beispiel in diesen letzten Tagen, ich war schon so heiter und selig, freute mich der Sonne, da erfasste mich plötzlich am Montag ein eisiger Sturmwind und auf einmal wandelte sich meine strahlende Heiterkeit in tiefsten Jammer. Und wenn meiner Seele Glück in Person plötzlich vor mir stände, ich brächte kein Ton über die Lippen und könnte höchstens mit stummem Blick meine Verzweiflung klagen. Freilich komme ich selten genug in die Versuchung zu reden, ich höre ja wochenlang meine eigene Stimme nicht. Aber ich bin ja natürlich krank, dass mich jetzt alles so tief erschüttert. Oder wissen Sie, ich habe manchmal das Gefühl, ich bin kein richtiger Mensch, sondern auch irgendein Vogel oder ein anderes Tier in Menschengestalt. Innerlich fühle ich mich in so einem Stückchen Garten wie hier oder im Feld unter Hummeln und Gras viel mehr in meiner Heimat als auf einem Parteitag. Ihnen kann ich ja wohl das alles sagen. Sie werden nicht gleich Verrat am Sozialismus wittern. Sie wissen, ich werde trotzdem hoffentlich auf dem Posten sterben, in einer Straßenschlacht oder im Zuchthaus. Aber mein innerstes Ich gehört mehr meinen Kohlmeisen als den Genossen. Meine Mutter, die nebst Schiller die Bibel für der höchsten Weisheitquell hielt, glaubte steif und fest, dass König Salomo die Sprache der Vögel verstand. Ich lächelte damals mit der ganzen Überlegenheit meiner 14 Jahre und einer modernen naturwissenschaftlichen Bildung über dieses mütterliche, naive Denken. Jetzt bin ich selbst wie König Salomo. Ich verstehe auch die Sprache der Vögel und der Tiere. Jetzt gibt es schon so lange Dämmerung abends. Wie liebe ich sonst diese Stunde? In Südende hatte ich viele Amseln. Hier sehe und höre ich jetzt keine. Den ganzen Winter fütterte ich ein Paar und nun ist es verschwunden. In Südende pflegte ich um diese Zeit, abends in der Straße herumzuschlendern. Es ist so schön, wenn noch im letzten violetten Tageslicht plötzlich die rosigen Gasflammen an den Laternen aufzucken und noch so fremd in der Dämmerung aussehen, als schämten sie sich selbst ein wenig. Durch die Straße huscht dann geschäftig die undeutliche Gestalt irgendeiner verspäteten Portierfrau oder eines Dienstmädchens, die noch schnell zum Bäcker oder Krämer laufen, um etwas zu holen. Die Schuster-Kinder, mit denen ich befreundet bin, pflegten noch in der Straße im Dunkeln zu spielen, bis sie von der Ecke aus energisch nach Hause gerufen wurden. Um diese Stunde gab es immer noch irgendeine Amsel, die keine Ruhe empfinden konnte und plötzlich, wie ein ungezogenes Kind, kreischte oder plapperte aus dem Schlaf und geräuschvoll von einem Baum zum anderen fanden. Und ich stand da, mitten in der Straße, zählte die ersten Sterne und mochte gar nicht heim aus der linken Luft der Dämmerung, in der sich der Tag und die Nacht so weich aneinander schmiedten. Sonitschka, seien Sie mir heiter und ruhig. Alles wird doch noch gut werden, glauben Sie mir. Grüßen Sie herzlichst Karl. Ich umarme Sie vielmals. Ihre Rosa. Vielen Dank für das schöne Bildchen. Rosa Luxemburg ist nahezu während des gesamten Kriegs von 1915 bis 1918 im Gefängnis. Sie gründet aus dem Gefängnis heraus, zusammen mit dem ebenfalls inhaftierten Karl Liebknecht, unter anderem die Spartakusgruppe innerhalb der SPD. Sie begrüßt die Oktoberrevolution 1917 und warnt zugleich vor einer Diktatur der Bolschewiki. Ihre Gesundheit wird im Gefängnis immer mehr zerrüttet. Aus dem Gefängnis heraus entwickelt sich zwischen ihr und dem 13 Jahre jüngeren Arzt Hans Diefenbach eine platonische Liebesbeziehung. Ann-Luise Kautsky, Breslau, 10. November 1917. Liebste Lulu. Ich erharte soeben Nachricht, dass Hannes gefallen ist. Ich bin momentan nicht imstande mehr zu schreiben. Herzlich deine Rosa. Ann-Luise Kautsky, Breslau, 15. November 1917. Liebste, ist das möglich? Es ist mir wie ein mitten im Satz verstummtes Wort, wie ein plötzlich abgerissener Akkord, den ich immer höre. Wir hatten tausend Pläne für die Zeit nach dem Kriege. Wir wollten das Leben genießen. Reisen. Gute Bücher lesen. Den Frühling bewundern. Wie noch nie. Ich begreife es nicht. Ist das möglich? Wie eine abgerissen und zertretene Blume. Ich umarme dich in treuester Liebe, deine Rosa. Ich bedanke es nämlich auch mehr. Ich bin aber sehr, sehr froh. Ich bin aber sehr schwer. Ich bin aber noch nie. Ich bin aber auch immer noch nie. Die russische Revolution Breslau, Oktober 1918 Aber mit dem Erdrücken des politischen Lebens im ganzen Lande muss auch das Leben in den Sowjets immer mehr erlahmen. Ohne allgemeine Wahlen, ungehemmte Presse- und Versammlungsfreiheit, freien Meinungskampf, erstirbt das Leben in jeder öffentlichen Institution, wird zum Scheinleben, in der die Bürokratie allein das tätige Element bleibt. Freiheit nur für die Anhänger der Regierung, nur für Mitglieder einer Partei, mögen sie noch sozialreich sein, ist keine Freiheit. Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkenden. Musik An Sonja Liebknecht, Breslau, Gefängnis Mitte Dezember 1917 Ach so Nitschka, ich hab hier einen scharfen Schmerz erlebt. Auf dem Hof, wo ich spaziere, kommen oft Wagen vom Militär, voll bepackt mit Säcken oder alten Soldatenröcken und Hemden, oft mit Blutflecken. Neulich kam so ein Wagen, bespannt statt mit Pferden, mit Büffeln. Ich sah die Tiere zum ersten Mal in der Nähe. Sie sind kräftiger und breiter gebaut als unsere Rinder, mit flachen Köpfen und flach abgebogenen Hörnern, die Schädel also unseren Schafen ähnlicher. Ganz schwarz, mit großen, sanften Augen. Sie stammen aus Rumänien, sind Kriegstrophäen. Sie werden schonungslos ausgenutzt, um alle möglichen Lastwagen zu schleppen und gehen dabei rasch zugrunde. Vor einigen Tagen kam also ein Wagen mit Säcken hereingefahren. Die Last war so hoch aufgetürmt, dass die Büffel nicht über die Schwelle bei der Toreinfahrt konnten. Der begleitende Soldat, ein brutaler Kerl, fing an, derart auf die Tiere mit dem dicken Ende des Peitschenstiels loszuschlagen, dass die Aufseherin ihn empört zur Rede stellte, ob er denn kein Mitleid mit den Tieren hätte. Mit uns Menschen hat auch niemand Mitleid, antwortete er mit einem bösen Lächeln und hieb noch kräftiger ein. Die Tiere zogen schließlich an und kamen über den Berg, aber eins blutete. So Nitschka, die Büffelhaut ist sprichwörtlich an Dicke und Zähigkeit, und die war zerrissen. Die Tiere standen dann beim Abladen ganz still und erschöpft, und eins, das, welches blutete, schaute dabei vor sich hin mit einem Ausdruck in dem schwarzen Gesicht und den sanften, schwarzen Augen, wie ein verweintes Kind. Es war direkt der Ausdruck eines Kindes, das hart bestraft worden ist und nicht weiß wofür, weshalb, nicht weiß, wie es der Qual und der rohen Gewalt entgehen soll. Ich stand davor, und das Tier blickte mich an, mir rannen die Tränen herunter. Es waren seine Tränen. Wie weit, wie unerreichbar verloren die freien, saftigen, grünen Weiden Rumäniens. Wie anders schien dort die Sonne, blies der Wind, wie anders waren die schönen Laute der Vögel oder das melodische Rufen der Hirten. Oh, mein armer Büffel, mein armer geliebter Bruder, wir stehen hier beide so ohnmächtig und stumpf und sind nur eins in Schmerz und Ohnmacht in Sehnsucht. Derweil tummelten sich die Gefangenen geschäftig um den Wagen, loben die schweren Säcke ab und schleppten sie ins Haus. Der Soldat aber steckte beide Hände in die Hosentaschen, spazierte mit großen Schritten über den Hof, lächelte und pfiffleise einen Gassenhauer. Und der ganze herrliche Krieg zog immer vorbei. Schreiben Sie schnell, ich umarme Sie. Ihre Hose. Sonjuscha, Liebste, seien Sie trotz alledem ruhig und heiter. So ist das Leben und so muss man es nehmen. Tapfer, unverzagt und lächelnd. Trotz alledem. Untertitelung im Auftrag des ZDF, Breslau, den 18. Oktober 1918. Liebste Sonjuscha, ich schrieb Ihnen vorgestern. Bis heute habe ich noch keinen Bescheid auf mein Telegramm an den Reichskanzler. Es kann vielleicht noch einige Tage dauern. Jedenfalls steht eines aber fest. Meine Stimmung ist schon derart, dass mir ein Besuch meiner Freunde unter Aufsicht zur Unmöglichkeit geworden ist. Ich ertrug alles ganz geduldig die Jahre hindurch und wäre unter anderen Umständen noch weitere Jahre ebenso geduldig geblieben. Nachdem aber der allgemeine Umschwung der Lage kam, gab es auch in meiner Psychologie einen Knick. Die Unterredung unter Aufsicht, die Unmöglichkeit darüber zu reden, was mich wirklich interessiert, sind mir schon so lästig, dass ich lieber auf jeden Besuch verzichte, bis wir uns als freie Menschen sehen. Lange kann es ja nicht mehr dauern. Wenn Dittmann und Kurt Eisner freigelassen sind, können sie mich nicht länger im Gefängnis halten. Und auch Karl wird bald frei sein. Warten wir also lieber auf das Wiedersehen in Berlin. Bis dahin tausend Grüße, stets Ihre Rosa.